Sie möchten wissen, wo man es sich in Oberfranken so richtig gut gehen lassen kann? Wellness, leckeres Essen, tolle Zimmer? Dann müssen Sie mir jetzt unbedingt folgen. Ich zeige Ihnen das Landhaus Sponselregus, hier in Vellbronn bei Heiligenstadt im Landkreis Bamberg. Markus, wie würdest du denn euren Betrieb hier beschreiben? Wir sind ein Familienbetrieb, seit 1760. Ich führe den Betrieb zusammen mit meinem Bruder und meinen Eltern mit ganz viel Herzlichkeit. Toll, schaut das aus. Was habt ihr denn alles hier gemacht an euren Zimmern? Hier haben wir die nagelneue Junior Suite. Wir haben insgesamt 73 Zimmer. Und das Highlight ist natürlich hier die übereckverglaste Bad mit Badewannen, Dusche, schönen großen Doppelwaschbecken, begehbarer Kleiderschrank, alles, was einen herzlich wünscht. Jetzt gehen wir auf den wunderschönen, riesigen Balkon, wie ich finde, mit einer gigantischen Aussicht. Wir haben im Zimmer immer die Minibar. Wichtig ist für uns natürlich, dass wir auch bequemes Sessel haben. Es ist immer ein Bademantel mit auf dem Zimmer, Saunatasche mit Saunahandschüchern. Und jetzt geht's ab in den Wellnessbereich. Hi, Diana. Hi, Franzi. Du, wie kann ich denn hier entspannen bei euch? Wir haben ganz viele unterschiedliche Massagen. Wir haben klassische Massagen. Wir haben auch ausgefallene Massagen wie Hotstone, Lumi-Lumi, Kräuterstempelmassage. Oh, einfach zum Wohlfühlen. Hier haben wir unser nagelneues Schwimmbad mit einer wunderschönen Hirnliege. Total lustig hier. Und eine Gegenstromerlage, wo du so richtig Power brauchst, um zu schwimmen. So, und hier kann ich also schwitzen, Diana, oder? Genau, hier haben wir unsere verschiedenen Saunen, unser Aromadampfbad und unsere Infrarot-Wärmekabine für dich. Mh, schön kuschelig. Ich bin da mal weg. Was macht denn die Küche bei euch aus? Wir legen besonderen Wert auf die Regionalität und dann auch auf unsere regionalen Zulieferer. Wir bewenden die Produkte bei unseren täglichen Menüs. Wir haben ein Fünf-Gang-Menü jeden Tag. Los geht's, wir decken ein. Unser Steckenpferd ist das tägliche Vorspeisen-Buffet. Wir haben natürlich auch Themen-Buffets und da nehmen wir die Sachen gerne mit her. Oh, guck mal, das schaut lecker aus, oder? Nehmen wir auf. Absolut lecker, lecker. Also ich kann Ihnen das Landhaus Sponsoreg aus voller Überzeugung empfehlen. Kommen Sie unbedingt vorbei. Und genießen Sie ein paar wundervolle Tage in diesem charmanten Hotel. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielen Dank.